Moin! Im heutigen Video werfen wir mal einen Blick auf das Leben des Publius Vergilius Maro, kurz Vergil, und verschaffen uns außerdem noch einen kleinen Überblick über seine Werke von den Eklogen bis zum berühmten Helden-Epos der Enels. Viel Spaß! Publius Vergilius Maro Publius Vergilius Maro wurde im Jahr 70 v. Chr. in der Nähe Mantuas geboren, das befindet sich hier. Vergils Vater besaß ein kleines Landgut und war ein Töpfer, dennoch ermöglichte er Vergil hier eine gute Ausbildung. Nach ersten Schuljahren in Mailand kam Vergil ca. im Jahr 52 v. Chr. nach Rom. In Rom besuchte Vergil dann eine Grammatik- und Rhetorikschule und obwohl er später viele bekannte lateinische Werke verfasste, soll Vergil rhetorisch nicht besonders begabt gewesen sein. Wenn ihr euch in dieser Zeit etwas auskennt, dann wisst ihr sicher, dass zu Vergils Lebzeiten die alte römische Republik ihr Ende nahm und in ein Prinzipat des Kaisers Augustus mündete. Nachdem Gaius Julius Caesar 44 v. Chr. von den Senatoren mit vielen Messerstichen getötet worden war, da er sich zuvor zum Diktator auf Lebenszeit erklärt hatte, kam es in Rom zu Bürgerkriegskämpfen. Die Anhänger Cäsars kämpften auf der einen, die Anhänger der Verschwörer auf der anderen Seite und besonders in Oberitalien ging es da ordentlich zur Sache. Nachdem die Heere der Verschwörer im Jahr 42 v. Chr. besiegt worden waren, erhielten nun die Veteranen, die gegen die Verschwörer gekämpft hatten, ihre Bezahlung. Oktavian, der später als Augustus der erste Kaiser von Rom werden sollte, entschädigte die Veteranen mit Land, das von der eigenen Bevölkerung genommen wurde. Auch Vergils Landstück wurde beschlagnahmt und er verlor seine Heimat. Während dieser Zeit verfasste Vergil auch die Eklogen, eine Sammlung von zehn Hürtengedichten, Die bis zum Jahr 41 v. Chr. veröffentlichten Eklogen machten Vergil bereits so bekannt, dass sogar Oktavian auf ihn aufmerksam wurde. Circa ein Jahr später wurde Vergil in den Kreis des Mäkenas aufgenommen. Mäkenas war ein Kunstförderer und ein Offizier Oktavians und machte Vergil im ganzen Reich berühmt. Vergil lebte nun in gesicherten Verhältnissen, meistens in Süditalien, und schrieb von 37 v. Chr. bis 29 v. Chr. die Georgica. Die Georgica sind ein Lehrgedicht bestehend aus vier Büchern, die Vergil Eklos gewidmet hat. Neben den überwiegenden landwirtschaftlichen Themen sind auch zahlreiche Mythen und Anekdoten zu finden. Obwohl sich Lehrgedicht für uns erstmal relativ trocken und sachlich anhört, gelingt es Vergil mit kunstvoller Sprache, vielen Metaphern und Bildern in seiner Georgica, eine der vollendetsten Dichtungen der Antike zu schaffen. In die Zeit, in der Vergil die Georgica verfasste, fiel auch die berühmte Seeschlacht bei Actium. Wenn ihr euch übrigens genauer für Augustus Machtergreifung interessiert, dann checkt doch einfach unser Video zum zweiten Triumvirat ab. Jedenfalls, in dieser Schlacht gewann Octavian über das Heer des Marcus Antonius und während sich Marcus Antonius in Ägypten mit seiner Frau Cleopatra selbst umbrachte, wurde Octavian zum Alleinherrscher und in ganz Rom gefeiert. Kurz nach diesem Sieg erhielt Octavian vom Senat den Ehrennamen Augustus, was so viel heißt wie der Erhabene. Im Proymium bzw. im Vorwort des dritten Buches von Vergils Georgica findet sich eine Ankündigung von ihm für ein weiteres großes Werk, das sich um die Größe und Erhabenheit von Augustus drehen sollte. Vom berühmten Dichter Horatz, der ebenfalls ein Mitglied des Mäkenas-Kreises war, wissen wir, dass sich sowohl Augustus als auch Mäkenas wiederholt ein Epos für den neuen Kaiser Augustus gewünscht hatten. Vergil wollte aber kein Epos über das Leben des Augustus schreiben, da es dann viel zu offensichtlich gewesen wäre, dass Vergil nur den eigenen Herrscher lobt. Das hätte sich nicht mit seinen hohen Qualitätsansprüchen vertragen, schließlich war er durch seine Georgica im ganzen Reich berühmt. Stattdessen arbeitete Vergil also bis zu seinem Tod an einem Werk, das nach der Veröffentlichung schnell zum Nationalepos der Römer werden sollte, die Enäis. Die Enäis handelt von der Flucht des Enäas aus Troja nach dem Trojanischen Krieg, der nun mit seinen Gefährten den schicksalhaften Auftrag von Göttervater Jupiter erhält, nach Italien zu fahren und dort zum Gründervater der Römer zu werden. Die Göttermutter Juno steht diesem Vorhaben jedoch entgegen. Enäas wird als Held dargestellt, der sich durch sein Pflichtbewusstsein auszeichnet und trotz vieler Steine, die ihm in den Weg gelegt werden, immer das Ziel vor Augen behält. Außerdem werden in der Enäis immer wieder Anspielungen auf die Großartigkeit des Römischen Reiches gemacht und auch Augustus wird an vielen Stellen während der Enäis glorifiziert. Falls ihr euch noch mehr für den Inhalt der Enäis interessiert, da haben wir auch ein kleines Video dazu gemacht, das könnt ihr gerne auf dem i mal auschecken. Um den hohen Erwartungen von sowohl Augustus als auch dem Volk gerecht zu werden, arbeitete Vergil sehr sorgfältig an der Enäis und kam dementsprechend auch sehr träge voran. Er entwarf den ganzen Stoff zunächst in Prosaform, verteilte ihn anschließend auf zwölf Bücher und fing dann an, den Text in das epische Versmaß umzudichten. Als Vergil 19 vor Christus in Brundisium starb, nachdem er schwer erkrankt von einer Studienreise zurückgekehrt war, hatte er die Enäis noch nicht zu seiner Zufriedenheit vollenden können. Obwohl Vergil sich wünschte, dass das Manuskript vernichtet werden solle, befahl Kaiser Augustus, das Werk trotzdem, so wenig bearbeitet wie möglich, zu veröffentlichen. Die Enäis warf ein gutes Bild auf Augustus und löste schnell die Anales, ein Werk des Dichters Ennius, als Schullektüre ab. Das in ca. 10.000 hexametrischen Versen verfasste Epos wurde schnell Nationalepos der Römer und galt, auch ohne fertiggestellt worden zu sein, als ein Meisterwerk der lateinischen Dichtkunst. Auch lange nach seinem Tod wird Vergils Enäis von vielen Dichtern, Schriftstellern und auch Musikern immer wieder aufgenommen und neu interpretiert. Beispiele dafür sind Dante, der mit seiner göttlichen Komödie auf das Werk Vergils verweist, oder auch die Oper Dido und Enäas von Henry Purcell. So, das war's dann auch schon mit diesem kleinen Video über den Dichter Vergil und sein Leben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Hier rechts könnt ihr in der Playlist noch andere interessante Videos abchecken. Schaut doch gerne mal auf unserem Instagram-Channel vorbei und wenn ihr noch Ideen habt, dann lasst doch gerne Video-Vorschläge in den Kommentaren da und dann war's das von unserer Seite. Tschö!